Willkommen zu einer weiteren Folge CyberPort Unboxing. Heute mit dem Convertible Samsung Galaxy Book 3 360. Im Lieferumfang enthalten sind das Notebook selbst, ein Netzteil mit Netzkabel, der mitgelieferte S-Pen sowie die üblichen Papierbeilagen. Das Samsung Galaxy Book 3 360 seht ihr hier in der 13,3 Zoll Variante, die besonders schlank und handlich daherkommt. Das Design verbindet runde Ecken mit kantigen Konturen und macht in der Farbe Graphite einen schicken Eindruck. Auf dem Bildschirmdeckel finden wir den spiegelnden Samsung-Schriftzug. Mit leichten 1,16 Kilogramm und einer Höhe von 13 Millimetern fällt das Galaxy Book 3 360 in der Tasche kaum auf. Klappen wir das Convertible auf, was wie der Name schon verrät um bis zu 360 Grad möglich ist, sehen wir den Full HD Super AMOLED Touchscreen. Dieser misst 13,3 Zoll und ist mit einer Auflösung von 1920x1080 Pixeln ausgestattet. Dank der flexiblen Scharniere könnt ihr das Convertible auch im Zelt-, Stand- oder Tablet-Modus nutzen. Oberhalb des Displays finden wir die Full HD Webcam. Daneben sehen wir die Mikrofone. Die Basiseinheit zeigt die Tastatur und Powerbutton mit integriertem Fingerabdruckscanner sowie das darunterliegende Clickpad. Auf der rechten Seite befinden sich eine 3,5 Millimeter Audiobuchse, ein USB-A 3.2 Anschluss und ein Einschub für eine Micro-SD-Karte. Gegenüber stehen ein HDMI 1.4 Port, USB-C 3.2 Anschluss und ein Thunderbolt 4 Port zur Verfügung, über den das Galaxy Book 3 360 auch geladen wird. Die Lautsprecher sitzen auf der Unterseite rechts und links. Damit sind wir am Ende unseres Unboxings angelangt. Alle Infos zum Samsung Galaxy Book 3 360 findet ihr in unserer Videobeschreibung und im Testbericht am Freitag. Wir freuen uns auf euch! Wir freuen uns auf euch!